das geile Stück. Und der Noxy! Jawohl, ja. Ja, der Nero findet Nero. Ja, hier, hier. Und der... Da ist er! Da! Und der ist es. Anwesend. Sau geil. Ja, und der Dynamo Man, der ist... Ich bin extra rübergeschwommen. Der Dynamo Man, der hat erstmal Schluss gemacht, der ist müde. Genau. Alles okay. Und wir sind noch dabei, den Spino zu Spino. Ja, und ich wollte ja eigentlich, ihr habt ja in der letzten Session, also gestern, mitgekriegt, ich hab hier diesen Itchy, aber tamen wollen und jetzt in der Aufnahmepause war auf einmal das Taming-Level wieder weg und dann hab ich den nochmal ein bisschen angefüttert und dann war das Taming-Level wieder weg, jetzt hab ich's aufgegeben. Aber ich hab einen Trost für euch. So, lass uns jetzt mal ins Lager und dieses scheiß Itchy-Sattel holen. Ja, ich komm, ich folge. Da wollten wir eigentlich hin. Galoppo, komm Pferdchen! Ach nee, ich hab einen Raptor. Obwohl jetzt bestimmt gerade sowieso einer von euch im Lager ist, ne? Nein. Nö, wir sind über Spino. Ja. Okay, gut. Alter, wir brauchen Bären oder Narkotik. Hast du noch Narkotik oder Bären? Wir bringen dir was mit, ich packe meinen Raptor voll. Ja toll, das heißt, du brauch drei Bären drin und das war's. Hä? Da sind 133 Narkotik drin. Was? Ja, ganz unten. Ich bring den Sattel mit. Achso, okay. Äh, ich brauch noch... Achso, ja, jetzt wohl sagst. Hat noch jemand Metall? Einstecken irgendwie? Metall-Ignot? In meiner Hose. Äh, einstecken nicht. Weil meine Spitzhacke ist nämlich im Arsch. Die kannst du nur an Smith reparieren. Ja, und im Schrank sind über 200. Nicht mehr. Was? Ein Fertil hat die Wüstung gemacht. Na, dann gehen wir doch nochmal ins Lager zurück. Ich komm, nur noch 163 Barre. Ah ja. Laufen beide Riffen? Nicht mehr. Okay, wir sind fertig. Wir laufen zu der Base, zu der Base. Ah, in dem einen sind noch 177 Erz drin. Hier, oh, ich greife mal kurz ein Taxi und fliege mal zu dem grünen Viech da hin. Ja. Mal gucken, was da drin ist. Vielleicht ist da irgendwas Interessantes drin. Könnte man ja eigentlich auch noch so ein bisschen Lichterfarben zu nehmen, ne? Ja, ich glaub, mal zwei Schränke, ein Guckingsfonds von Mortar gefunden. Ja, ganz toll. Da haben wir jetzt sechs Stück oder so. Hä? Ja, und? Wo ist der hin? Ach, da denn da. Aber ich finde unsere Base, das sieht richtig geil aus, auch mit der Steinmauer davor. Ja, du wolltest umziehen. Ist leider noch nicht fächig. Ich wollte nicht umziehen, ja. Oh Gott. Ich wollte, als sie sehr sehr sonders aufgenommen, wollte ich eigentlich fertig werden. Aber ich hab's leider nicht geschafft. Ach, kein Ding. Das geht mir schon mal hin. Okay. Machst du mal das Tor auf? Oh. Oh. Alter, was mach ich denn? Ich hab grad das Schild gelesen. Bitte anderen Eingang nützen. Hast du jetzt das Tor aufgemacht, Skywalker? Ah, das Jurassic World portal öffnet sich. Lo, ich spiel dein Vater. Hey, der will dir mal Zeit, dass du mal vorbeikommst. Oh Gott. Aber der, ich bin mal gespannt, wie es weitergeht. Ja, ich bin auch mal gespannt. Aber ich weiß nicht, ich hab... Hast du das Tür wieder zugemacht? Ja, klar. Ja, ist zu. Nee, ich hab offen gemacht, Fackel drang an und gesagt, tacke auf die Tür. Okay, wo muss ich jetzt direkt hin? Alter, wo laufe ich denn hier hin? Alter, ich bin weg. Okay, erkennst du dich nicht mehr in deiner Basis hier lang? Nee, du bist falsch, aber du. Wieso? Du wolltest doch in der Fabrik. In der Fabrik. Kinder, wo seid ihr denn? Hä, was? Hallo? Hallo? Seidenbarer! Oh, was? Oh, nein. Nein. Was ist denn? Oh, nein. Aber es stimmt nicht. Oh, nein. So, liebe Leute, da bin ich auch wieder. Ist mir sehr abgeschnitten. Hey. Was war denn ein Smith? Herzlich willkommen. Nimm den, neben dem Öfen. Ich will, dass du wieder da bist. Ach, die Werkband. Ach, die Werkband. Ich will, dass du wieder da bist. Den ganzen Tag. Da bist. Was machen wir eigentlich hier? Ich fühl, das ist hier so frei. Da könnt man echt hier, wenn wir ein Füttenstudio hinbauen, oder? Wir bauen hier ein Gebäude hin, oder so. In Füttenstudio am besten Laufbahn für ein Brondo. Wir brauchen noch eh ein Gehege. Fütten für die Raptoren. Wir brauchen nur noch ein Gehege für ein Spino. Ja, da machen wir. Nee, der kann nicht durch die Felsbrocken latschen hier. Ich kann es nicht. Ach so, stimmt ja. Ich muss das ja... Und wo muss ich das jetzt bauen? An dem Ding an der Werkbank muss ich die Axt bauen. Genau, du ziehst die Werkbank... Du ziehst die Axt in die Werkbank, machst das ganze Material in die Werkbank, klickst auf die Axt und ein Repair, Repair-Item oder sowas. Mama, es regnet. Alles klar. Die Bäume wachsen. Es regnet und es leckt. Geil. Ja, alles klar. Und das gleiche, ich kann nicht mit der Axt so klein machen. Da brauch ich auch wieder mit Teil. Also craften kann man die so nicht, ne? Du kannst sie auch hier craften. Guck mal, das ist viel. Also im Smitty-Ding. Was geht? Das ist jetzt deine Axt, die du da reingemacht hast? Ja. Ich möchte auch so eine haben, baust du mir eine? Ich hab keine, keine Ding, ich kann die nicht mehr. Ich lege dir eine von mir rein. Oh, das wär cool. Weil ich hab nämlich die Eisenpicker hab ich, aber die Axt noch nicht von dieser Eisenachs. Also da kann man schon öfters mit Bäumen kaputt machen. Die Gelbgefärbt ist deine. Die Gelbgefärbte? Ja, aber mir ist alles gelb-schwarz gefärbt. Oh, oh ja, geil. Ach cool, man kann die Waffen auffärben. Das ist gut. Dann werde ich jetzt nochmal eben ganz die Waffe färben. Selbst meine Armbust ist gefärbt. Tatsächlich. Gibt's doch nicht. Wir müssen den extrem viel in der Kotick reinhauen. Ja. Wir bringen dir gleich was mit. Ja, ich hab auch schon mal einen Stack mitgebracht, aber der schluckt das durch. Der schluckt ja einfach runter. Ja. Ja, das ist ein Fress-Sag ist das. Ich komme mit dem Vogelgefühl. Ich würde jetzt gerne meine Sachen noch aufteilen, aber ich muss erstmal überall in Ruhe was machen. Doch, sieh mal, Schatzi, wo bist du? Warum? Beim Spino. Weil ich was für dich hab und für Mo auch. Achso, die Rüstung. Ja, wo bist du denn? Ich komm zum Spino. Boah, Sau, ich wollte es jetzt einfach hier rein und gut ist, Mensch. Ich mach das. Da hinten, bei unserer Base muss irgendwo was Grünes sein. Boah, nein. Sorry, ich hab's leider gerade nicht verstanden. Alter, hinten, bei unserer Base muss irgendwo ein grüner Strahl sein, oder ist er nur weiter hinten? Ähm. Boah, ich seh geil aus. Ich seh einen blauen Strahl, glaub ich. Ich bin so geil. Ich auch. Hört man. Eine kleine dicke Flipfläge im Gehege aus. Dick, warte mal, Schwätzung von... Was? Alter, ich hab grad gelesen, kill the Spino. Nein. Hör auf, Frust. Hör auf zu essen. Nein. Wo isst denn hier, Fly Devil? Er schreckt mich nicht. Da hinten ist er. So, dann geh ich mal wieder auf meinen Dino, oder was? Achso, wir brauchen jetzt... Äh, Onkel, hast du Narkotik mitgenommen, diese dicken Pullen? Moment bitte, ich bin noch hier am Auffüllen von... Ich bin ja grad noch am Losla... Ach, wie heißt denn? Mein Inventar der Räume. Okay, die Stimulanten, also diese Narkotik, diese grünen Mörserflaschen da, soll ich die mitbringen, Paar? Mörserflaschen, Alter, das sind Eimer, das sind einfach nur Eimer. Ja, die Blä... Ich hab 100 auch dabei. 100, ich nehm mal 400 mit. Boah. Ich hab ein Level ab. Du, 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 du! Megaman! Du zählst? Nein. Es level up. Ich weiß, was ist denn, haben wir irgendwo einen Schrank auch fürs Satteln? Was erfähl ich jetzt? Ja, aber der ist voll. Wat? Ja, der ist voll. Also, der Spino braucht nicht mehr viel. Ich komm, ich komm. Da brauchst du nicht 400, ne? Narkotik, so viel brauchst du da nicht mehr, ne? Äh, keine Ahnung. Wer besser? Wer besser? Ich hol alles, komm. Das soll der Geiz sein. Nein, nicht alles. Das ist okay. Bring doch mal 100 mit, dann haben wir 200, das heißt, die Kauze. Klar, pump doch 900 Narkotiksrinder, damit er mehr Narkotiks hat als Blut. So, als Ründer, toll, ey, super. Der wird vollgepumpt, der alte Drogenjunkiesaurus, ey. Ja, weiß, jetzt kommt er, die Steroides im Einsatz, hau ihn rein. So, Noxy, komm doch mal her. Noxy? Ja, aber Noxy. Noxy, nein. Noxy, nein. Noxy, nein. Du, wie warst du mit? Ja, Moment, ich muss jetzt eben in der Narkotik wieder zurückstoppen. Da ist es nicht zu. Geil, schon eingefährt. Boah, ich find meine Metallrüstung voll geil. Kann der überhaupt noch laufen? Ich biege ja bestimmt 30 Kilo mehr jetzt. Alter. Ich bin jetzt hier mal. Warum ist meine Rüstung noch warm? Also die Hose. Was? Alter, hast du hier eingewärmt, angewärmt oder was? So, was ist denn kaputt mit dir, Alter? Was ist das nicht so wie Lederschuh, der in dir drin ist? Ockel, wo bist du? Äh, hattest du nicht Narkotik mitgebracht? Ja, klar, wir bringen jetzt mit. Ich bin unterwegs. Nee, ich meinte Nero. Ist drin, ist drin. Achso. Findet Nero. Äh, hier, dein Fly Devil. Braucht auch noch was zu essen. Boah, der springt immer runter, ne? Der alte Baba, ey. Oh, ja. Wurde was essen. Oh, komm, bring dich. Äh, im Feuer liegt Essen. Nein! Rewano und die Türe. Oh, ja, die geht auf. Megaman. Alter, das ist die Kunst hier mit der Scheißtür. So, kannst du die zumachen vom Pferd aus? Ach, vom Pferd, vom Raptor. Machen wir das Pferd zu. Äh, ich hab dir schon mal gesagt, lass die Finger weg von dem grünen Zeug im Garten. Was? Lass die Finger weg von dem grünen Zeug im Garten. Basilikum kann man nicht rauchen. Was? 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 Ich bin doch die Tinkerbellfee. Aber das riecht doch nicht. Arrrr. 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 Geiler, jetzt haben wir schon alle die Metallrüstung. Brust und Beine. Boah, das sieht voll geil aus. Ich bin cool drauf. Also, ich hab da fette Lanze. Ne, na. Also, hab du das müde. Sag mal, ich die Citinrüstung, die sah irgendwie animalisch aus. Das sieht irgendwie aus wie, ja, haben wir mal da, bis sie was hin, bis sie was, bis sie was, bis sie Panzerband dazwischen fertig ist. Noxie, der Flying Noxie. Bitte, bitte. Bitte, bitte. Bitte, bitte. Oh, ich würde auch so einen Flugsaurier haben, natürlich jeden Tag damit zu arbeiten. Warte mal, kann man ja eigentlich rückwärtsalte machen? Na, so wie nur Schrauber? Ne, du kannst nur bis, äh, bis, 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 bis ich gerade in die Luft gehen. Also, kannst du eigentlich, kannst du eigentlich mit dem Ding so hoch wie mit dem Ding, oder oder hattest du dann auch irgendwann so ein Abriss? Keine Ahnung. Ich lasse mal kurz aufladen von der Energie in der Feststellung. Bis hin die Umlaufbahn, bis hin die Umlaufbahn, bis hin die Umlaufbahn. Und doch viel weiter. Hahaha. Wer war das nochmal, äh, war's Leitje, oder? Ja. Besser die tschechische Grenze und noch viel weiter. Äh, Toy Story, ja. Na ja. Was schwimmt denn da? Was machst du gerade? Ich guck mal. Was ein Popofant ist das? Was ein Popofant? Ach, äh, wolltet ihr die Flipflop mitnehmen? Alter, du kriegst doch gar nichts mehr mit, ey. Ich hab den Sattel einstecken. Das sind mehr Jungfrau ist das. Das sind nicht mehr Jungfrau. Nicht mehr. Also ich seh dich schon gar nicht mehr. Mehr Jungbem war das, ey. Alter, ich bin grad über den Wolken. Oh, über den Wolken. Alter, sieht das geil aus, ich krieg ein Ständer. Alter, da droppt was in die Wurst. Alter, machst du kurz ein Foto für die Zuschauer? Alter, aber hallo. Mach ich eins davon? Alter, das Gebirge sieht geil aus. Wie kleinen Momente im Leben genießen. Alter, legt mich ab. Alter, das sieht grad echt übel aus. Ich bin grad hier direkt über uns in der Wolke. Die haben das echt so generiert, dass das nicht eine Linie ist. Das ist echt komplett familiär. Pinkel mal runter, pinkel mal runter. Oh, Alter, äh, was, was? Alter, hier oben ist, äh. Hä? Kennt ihr den Schimmer von... Geil! Ich tauche! Ohne Scheiß, kennt ihr den Schimmer von, ähm... Asset? Warte mal. Ihr hast doch gleich Öl, Jungs. So, ich hab dir was mitgebracht. Die ganze Inventage. Wie kann ich denn das Sandeln, das Öl? Äh, mit der Spitzhacke. Äh, du hast nix mit. Wie, ich hab doch nicht kurz... Ich hab doch... Ach so, Entschuldigung. Ey, ohne Scheiß, kennt ihr den Schimmer von Wasser? Der kommt, wenn du hier oben bist. Der kommt echt, wenn du hier oben bist. Ich hab Öl gefunden. Ne, ich schmeiß doch direkt in... Ey, wisst ihr, was geil ist? Jetzt weiß ich endlich mal, wie die Karte aussieht. Einfach reinkloppen da. In den Tabak. Alter. Ey, ohne Scheiß, ich lade die Bilder direkt nachher hoch. Da guckt ihr einfach mal kurz vorbei, wenn ihr Bock habt. Narkotik! Oh ja, mach ich mal. Was würdest du jetzt so gut wollten? Machst du was? Wenn ich jetzt... Wenn ich jetzt einen Betäubungspfeil in den Spino... Oh, der ist fast getamed. Alter. Sag ich doch. Wir haben... Wir haben bald... Ich hab grad schon Öl gefunden, Leute. Ich hab grad schon... Das ist gut. Das ist schon wieder Öl. Hier, ich hab schon wieder Öl. Ach so, Ohrbüll... Äh... Ja, wieso schwitzt du eigentlich so viel? Ohrbohrinsel. Ölbohrinsel, sowas. Äh... Ohrbohrinsel. Wer hat eigentlich meinen Flugsaurier mitgenommen? Das war der... Noxus. Ah. Noxus? Der Noxifant. Hier, warte. Hä? Ach, da bist du wieder. Danke. Oh, da kommen gleich Zweier über den Wolken. Aber das sah ganz saugeil aus. Also wenn wir wollen, können wir noch ein paar Flugsaurier zählen. Das ist kein Problem. Ja. Alter, wie viel? Wie viel braucht ihr denn? Ich hätte gerne Rumpflatterer. Hätte ich gerne. Also wenn ich hier einen Flugsaurier bekomme, den nenne ich Rumpflatterer. Ich nenne die Justizia. Größere Flugsaurier, also die quasi ein Groß. Ja. Ja. Auch die Adler. Ne, nicht die Adler. Das selbe Tier quasi nur ein Groß. Ne. Hätte ich mal hier gesehen. Ne. Vielleicht gibt es sowas wie ein Alpha, das weiß ich nicht. Ne, das nicht. Ach so, Hervano, kannst du mal meinen Raptor... ... mit dir mitnehmen, bitte? Hey. Soll ich ihn in die Hosentasche stecken oder was? Ne, du sollst ihn dir folgen lassen, Mann. Also wo ist denn der? Der alte Dino. Wo ist der? Ich weiß nicht, wo du bist nicht. Ich bin am Spiel. Das steht vorne, wo der Dings war, wo der Ichi war. Ichi und Scratchy, schon. Hey, ist das geil mit dem Ichi und so. Habt ihr einen Satel draufgeklatscht oder was? Ähm. Mo? Ja. Wirst du nachher vielleicht für mich noch ein Fernrohr greifen? Äh, ja, kann ich machen, wenn ich gleich zurückfliege. Jo. Tja, wo ist dein kleiner Raptor, wie Rapiditor? Äh, sofern das ganze Kristall jetzt, äh, in den Schrank ist. Uuuuuhhhh. Theoretisch... ... müsste noch ein, äh, Stahlhammer drin sein. Ja, wo ist denn der böse Onkel? Ja, wo ist er denn? Wo ist denn der Raptor? Da steht er. Ich weiß nicht, wo du bist. Wo der, wo der Ichi drin ist. Weil in 5 Minuten muss ich weg. Und ich glaub, da ist auch ungefähr die Aufnahme fertig. Richtig. Ja, ungefähr. Keine Ahnung. Ich hab, ich jag jetzt erstmal kurz in die Lofo. Der stinkt. Wir waren nur... Ich steh hier rum und warte auf dich. Ist der an der Base oder was am Anfang? Der ist hier, wo der Ichi war. Alter, ey. Ich weiß nicht, wo der, wo du den gezähmt hast, den Ichi. Na klar. So, der sagt das doch. Ey, Kinder, ich hab mir das gerade noch ein bisschen angezogen. Äh, reingezogen. Ohne Scheiß. Das Ding geht einen Zentimeter zurück. Also von Bewusstsein. Äh, Bewusstlosigkeit. Und bei Taming geht's ungefähr einen Millimeter weiter. Also heißt das, wir können eigentlich noch so 200, äh, Dings reinkloppen. Scheiße. Wir brauchen noch 200 ungefähr. Der braucht abnormal viel. Jetzt immer noch. Ja, keine Ahnung ob sich jetzt immer noch isst. Wenn ich am Recherchieren bin und du Ernest mit drin, was? Das geht nicht. Ja, ich brauche immer noch 150. Ich mein, da haben wir keine mehr mit dabei. Äh, keine Ahnung, hast du noch was im Fly Devil? Muss wir gucken, glaub nicht. So, ich hab da ein Dino. Was soll ich jetzt machen? Den auf Folgen stellen? Und wo soll ich den hinbringen nach Hause, oder was? Ich hol das. Äh, wo sind eigentlich unsere anderen Dinos? Also, kannst du ja meinen Raptor mit nach Hause bringen? Ja, das kannst du machen. Ja, dann stelle ich den in den Stall. Das wäre eine schlechte Adler haben. Mein Job ist es, den Raptor nach Hause zu bringen. Ja, gut, ich wollte nur wissen, mein Dings. Ich bewachte das mal, der muss ja gleich fertig sein. Ja, mein Raptor an meiner Seite. Das finde ich so geil. Alter. Was? Ja, sorry. Also, jetzt sacken mich hier grad mit. Nee, dein... Alter, das ist mir skeptisch. Waschen. Hm, Piranha. Alter. Ey, die Dinos muss hier im Gehege echt parken wie Autos. Definitiv. Das ist fast ein ganz großes Problem. Ja, wo ist denn der andere? Wo ist denn mein Ichi hin? Wo ist denn dein Raptor? Kann ja nicht durchs Wasser. Oh, wo ist denn denn? Ach, da kommt er. Ah, da ist er. Komm, komm du Stück elende Fleischwurst. Was? Was ist denn hier los? Was machst du denn? Mein Ichi ist weg. Wie dein Ichi? Du bist doch auf den Geritten. Ja, der ist weg. Jetzt habe ich hier Piranhas angegriffen und jetzt ist er weg. Oh. Ja, die Piranhas haben ja auch... Ja, die Piranhas haben ja auch... Der hat mich nicht gekillt oder so, sondern der ist einfach weg. Soll ich wieder mit dem Raptor zurückkommen? Wir hatten noch kein Fernrohr. Ich. Ich. Ich auch nicht. Ich glaube, ich habe eins. Warte mal, wo kann denn da Ichi hin sein? Hauen die ab, wenn die angegriffen werden oder was? Ich greife das gerade nicht. Ähm, ja. Ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Komm doch, was ist denn Ichi? Flugtür, ne? Ah ne, der Vieh, ne? Ja. Hä? Der ist weg. Was ist das denn jetzt? Also eine Killmeldung haben wir aber nicht bekommen. Ne. Ne, der lebt noch, aber da schwimmt ja irgendwo. Vielleicht kommt der irgendwann wieder. Der hat vielleicht Angst. Soll ich mit dem Raptor zurückkommen, Onkel? Ich such gerade den Ichi. Ja, dann bringe ich den jetzt im Stall. Ja, ja, mach bitte. Mit der Ritterrüstung. Äh, hast du nicht gesagt, du hast Flipflop aufgegeben? Nein. Ne. Den zweiten hat er aufgeben. Cool, die Dinos battle sich ja. Flipflop ist doch, Flipflop heißt ja Flipflop. Der ist ja gezähmt. Dino Battle. Boah, wo ist denn jetzt? Boah, wo ist denn jetzt dieser Scheiß, ey? Scheiße, der ist weg. Wer? Mit dem Sattel davon. Flippflop. Nein, der ist hier vorne in der Bucht. Direkt vor der gegnerischen Base. Nero, dein Ding ist fertig und das für den Onkel auch. Aber ich würde sagen, wir brauchen doch kein Zeug mehr. Das könnte, also wenn wir das Bewusstsein oben auslaufen lassen, könnte es passen. Na, wäre besser, wenn man mitmacht. Oh, ich sehe gerade schon Hunger. Ich parke den Ankilometer im Gehege. Ein Fernrohr, das ist ja richtig porn. Ähm, Munition. Äh, oh. Ja. Aber du musst ja gleich los, ne? Ja. Ja, warte, ich bringe den Dino eben noch in den Stall. Aber ich schrei noch schnell zu dem Ichi. Nero. Komm rein jetzt, du elender kleiner Raptor von Onkel. Äh, ne du, lass mal dann, ich hab noch vier Schuss. Ah ja. Dann produziere ich mal wieder was. Ja. Ah, das Tor geht so. Ja, brauchst du nur Gunpowder und Metall. Die Welt ist Ende. Ich bin fein. Warte, Maribano. Das ist nicht Ichi. Mir egal. Das ist nicht. Doch, das ist Flip Flop. Deinen Onkel habe ich jetzt in den Stall gestellt. Ne, ich meine, da hättest du dann vielleicht nochmal... Oh. Leute, das wird echt spannend hier. Also wenn du echt nochmal, äh, Narkotik auffüllen willst, dann ist die Spannung raus. Weil so wird es echt spannend, ob das noch hinkommt. Also hinhaut. Ähm, wie kann ich den jetzt wieder abstellen? Einfach, äh, rösel passiv, ne? Ja. Und dann hört der auf, mir hinterher zu geigen, ne? Ne. Ne, auf U. Auf U drücken. Ja. U. Ihn angucken und U drücken. Moment nochmal, was soll ich drücken? U. Uuuuh. Alter, was ist das? Halt die Fresse, Jun. Ja, muss ich den dann irgendwie noch vorher anklicken, ansprechen? Einfach eine U. Ja. Hangucken, Hangucken, U drücken. Habe ich. Und jetzt bleibt er stehen, ja. Lass halt die Fresse halten. Immer so schwer vor Kapi. Immer so schwer. Ja, das ist, äh, die U-Taste, ne? Die muss erst mal suchen. Ey, warum geht denn das so zu? Wo blickt die über Heurum? Was geht denn hier ab, ey? Ah, schaut mein Ichi wieder. Juiiii. Du kriegst, ich nix mit, hinter der Leiterküren rein. Bist du reingeflogen, oder was? Nee, ich bin hinter dir reingelaufen. Reiiiiiiine... Reiiiiine... Reiiiiine... ...insel auf zwei Bergen. Was? Reiiiiine... ...insel auf zwei Bergen, in dem tiefen blauen Meer, mit viel Gelocks und Gebein und dem Eisenband. So, Jungs, ich muss auf. Alles klar. So, bei Liebe Freunde, genau. Wir warten jetzt hier. Rivalo, Lunders macht mal einen Partschluss. Ja gut, liebe Leute. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Und schaut auf jeden Fall bei Gamer Shack LP rein. Und bei 4Gamers und bei mir auch. Und wenn es euch gefallen hat, könnt ihr gerne Daumen oben da lassen. Und sogar vielleicht ein Abo, wenn ihr noch mehr sehen wollt. Von unseren Yellow Tribe. Würde mich auf jeden Fall freuen. Was? Arbeite... Alter, okay, erst raus. Du kriegst kein Bild. Du bist raus. Ist vorbei, Junge. Ich will auch keine Bilder, also. Doch, doch. Komm, mach Schluss. Der Unkle hat ein Nacktfoto gemacht, wie auf der Couch. So, tschüss. Tschüss. Ja, tschüss. Macht's gut.